Hallihallo meine Lieben! Welcome to the Nosy Rosy! Ich bin Laura, ich war letzte Woche nicht da, blöderweise. Aber das hat eben auch damit zu tun, dass eben die Internetleitung von meiner Schwester nicht so schnell ist. Ich weiß auch nicht, ich stammt noch aus der frühen Bronze, Zeit und deswegen ist die nicht so schnell. Kann ja mal passieren. So, lasst mich noch schnell was zu der Sache sagen mit den Kindern. Menschen Skin On Ink. Aber ich mag Kinder sehr gerne. Ich glaube, ich habe da so ein Händchen für Kinder, weil die sind mir immer ganz gut gesinnt. Wahrscheinlich, weil ich selber noch ein bisschen Kind bin. Aber eben, es ist ja gut, denn nach Peter Maffei, wie war das? Ich wollte nie erwachsen sein. Von außen, weil ich habe gesteilt. Genau, und jetzt. Irgendwo tief in mir bin ich ein Kind geblieben. Erst dann, wenn ich es nicht mehr spüren kann, weiß ich es ist für mich zu spüren. Und genau das denke ich auch. Ja, aber ja genau, es geht ja eigentlich um das Thema, wie man Kinder kriegen kann, wie was verboten ist, wo und überhaupt. Und ja, ich habe vielleicht nur eine Sache hinzuzufügen, wo wahrscheinlich manche sich vielleicht an den Kopf fassen. Aber ja gut, ich denke halt einfach mal so. Ich bin also für Adoption, weil ich denke, dass es genügend Kinder in dieser Welt gibt, die eben keine Mama und keinen Papa haben. Und ja, deswegen bin ich für die Adoption. Und ich weiß, dass es total schwierig ist, aber so genau weiß ich es eben doch nicht, weil ich habe das nur nicht probiert. Und dann dann mit dieser künstlichen Befruchtung. Ja, ich meine eben, das muss ja jeder selber wissen. Ich würde es, glaube ich, nicht machen, weil mir das alles zu, ich weiß nicht, zu steril das Ganze irgendwie ist. Aber eben, ich weiß nicht, vielleicht werde ich es dann doch irgendwie auch noch machen. Keine Ahnung. Man weiß ja nie, sagt niemals nie. Und dann noch war noch irgendwas anderes gewesen. Das ist ja diese Bechermethode. Ist das nur schon der Name oder Duda? Ne, also ist nicht so. Also es hört sich für mich auf jeden Fall, ja okay, verlockend hört sich es wahrscheinlich für niemanden an. Aber wenn es die einzige Möglichkeit ist und auf legalem, günstigstem und schnellem Weg daran zu kommen. Aber irgendwie, nee, nee. Also für mich wäre das alles nichts. Ja, wenn dann Adoption oder richtig. Also mit dem Mann. Weil, also ich muss sagen, ich bin dem männlichen Geschlecht, also dem männlichen Geschlecht sowieso. Also ich muss wirklich sagen, ich bin eine Person, die, ich kann Menschen lieben, mich in Menschen verlieben, egal ob Mann oder Frau. Aber wenn ich mich dann verliebt habe, dann stehe ich auch dazu, das wechselt. Das wechselt nicht einfach so, sondern einfach die Liebe ist entscheidend. Und, ähm, es geht nicht darum irgendwie so, ach, heute habe ich mal Lust auf Männer, morgen um wieder auf Frauen. Also so ist es ja nun nicht, ne. Also es ist einfach die Liebe, die entscheidend ist. Ja, das war es eigentlich schon dazu. Weil es ist ja schon so viel gesagt worden und wir sind ja eigentlich schon bei neuen Themen. Deswegen geht es jetzt weiter. Und zwar, ihr habt euch für das Wochenthema entschieden. Also dass wir alle, äh, dass wir ein Thema wählen pro Woche. Und dass wir alle uns zu diesem Thema äußern, wo trifft man am besten Frauen und wie spricht man die am besten an. Hm, das ist schon eine Sache so, ne. Also das ist eine heikle Angelegenheit, würde ich mal sagen. Oder auch nicht, je nachdem, wie man so beschaffen ist. Ob man eher schüchtern ist oder so wie ich. Oder ob man, ähm, drauf losgeht. Es gibt so viele Frauen. Und so wenig Zeit ist da, da war es manchmal schon in Verzweiflung gerät. Also ich würde mal sagen, obwohl ich, ähm, ja nicht so erfahren, überhaupt nicht erfahren bin bei der Sache eigentlich, weil ich lass mich irgendwie mal ansprechen. Also zumindest war das, also bei den Beziehungen, die ich davor hatte, ähm, die ich jetzt in einer Diskothek kennengelernt habe, die haben immer mich angesprochen. Und ich war auch nie von Anfang an nur Feuer und Flamme. Bei mir kommt das immer erst ein bisschen später. So, und jetzt habe ich mir gedacht, ja, ich zeige euch einfach mal die No-Go's beim Ansprechen und die Go-For's beim Ansprechen. Nächste Situation. Hallo, ich bin Laura und ich habe dich da drüben gesehen und ich fand dich ganz toll und ganz nett und so. Und da habe ich mir gedacht, ich komme einfach mal so rüber, ne, aber wahrscheinlich willst du ja sowieso nicht mit mir reden. Und ich kann dir leider auch kein Getränk ausgeben, weil ich bin momentan ziemlich stark bei Kasse. Aber ich wollte dir einfach sagen, ich gehe gerne reiten und ich gehe auch gerne mal Fußball spielen in meiner Freizeit und so. Aber wahrscheinlich interessiert dich das auch nicht. Und ich glaube, es ist einfach, ähm, ich weiß auch nicht, aber ich fand dich eigentlich toll und wahrscheinlich finde ich mich total blöd und hässlich. Und deswegen gehe ich jetzt wieder. Tschüss! So, das ist die Variante, sich selber schlecht machen. Das ist scheiße. Also man sollte sich auch nicht... Ja, genau. Jetzt kommt nämlich die zweite Variante. Hallöchen. Alleine hier. Ich auch. Was für ein Zufall. Na ja, also ich spiele auch in einer Band, finde ich, also und wir singen da ganz tolle Lieder. Ich bin die Liedsängerin natürlich, wer es versteht. Ich bin immer schon so ein, so ein Alphatierchen gewesen. Immer auf an die Front nach vorne gleich. Ja, bei was meinst du so? Hält dir nichts ein. Gut, dann würde ich halt mal. Passe auf, es gibt drei Dinge. Ich bin toll, ich bin geil, ich bin die Schlauste, ich bin die Schönste, mir macht niemand was vor. Du auch nicht. So sieht's aus. Du musst doch gar nicht ja sagen. Das mach ich für dich. So, das ist die etwas überschwendliche Person. Sagen wir mal, die schüchtern halt kaschieren durch extremes Auftreten. So, dann sagen wir, ich bin die Kugel, ich bin da, 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 und lässt dann irgendwie die andere gar nicht zum Wort kommen, ist da ein bisschen blöd, ne? Geht. Aber es ist natürlich schwierig, ne? Also besonders, ich glaube, besonders der Anfang ist irgendwie ein bisschen schwierig. Dann sollte man natürlich auch ein bisschen auf den Alkoholgehalt achten. Ich sag, hallo, ich bin Laura und ich bin ein bisschen an der Tür, aber nur ein bisschen, aber ich wollte nur sagen, ich pisse, ich pisse. Also, ich weiß auch nicht, ich muss da aber auch einmal, Entschuldigung, mir ist gerade ein bisschen, ich finde es aber trotzdem, so ist ein bisschen. So kann das auch gehen? Aha. So kann es gehen. Also, ich meine, es ist nichts einzuwenden gegen ein bisschen Alkohol, das macht ein bisschen lockerer. Manche zumindest, manche auch nicht, die lassen dann die Finger besser davon. Ja, ein bisschen Alkohol, das nimmt einem so die gewissen Hemmungen, aber ich will natürlich jetzt nicht sagen, sauft euch einen an, sprecht jemand an. Das mit Sicherheit nicht, das ist, also man sollte einfach Herr seiner Sinne sein. Also, ich habe noch nie so, doch, ja, na gut, lassen wir das. Okay, also das waren so meine Tipps. Ich denke mal, da gibt es noch viel mehr zu sagen und deswegen bin ich gespannt auf die folgende Woche. Mit Jen, ach Quatsch, Moment, zuerst, Kassandra, Jen, eventual Amy, da weiß man ja nie ganz bescheut, und Dumi. Bis dann.